Stork Plan & Control – Wir realisieren Ihr Projekt. Seit 2005 entwickelt das Ingenieurbüro Stork Plan & Control GmbH mit Sitz in Halle individuelle Lösungen rund um Verkehrsanlagen, Frei- und Grünflächen sowie Ingenieurbauwerke einschließlich Tiefbauprojekten. Institutionen der öffentlichen Hand wie Städte und Kommunen nutzen effiziente Beratungen, Planungen und Bauüberwachungen, die höchste Anforderungen erfüllen. Ob Straßen- und Verkehrswegplanung von zum Beispiel Kreis-, Bundes-, Landes- und Kommunalstraßen, Ingenieurbauwerke mit dem Schwerpunkt Wasser- und Abwassernetze oder funktional und ästhetisch perfekt geplante Frei- und Grünanlagen für Städte und Kommunen. Mit einem qualifizierten Ingenieurteam bietet Stork Plan & Control unter der inhabergeführten Leitung von Harald Stork ein breites Leistungsspektrum, das einen nachhaltigen Mehrwert für Auftraggeber garantiert. Beispiel ist das Königsviertel der Wohnungsgenossenschaft Freiheit im Herzen von Halle, das mit dem Deutschen Bauherrenpreis ausgezeichnet wurde. Das komplette Areal um das Gebäudeensemble herum trägt den Stempel des renommierten Ingenieurbüros Stork Plan, das vom Innenhofbereich mit Piazza, einer begrünten Tiefgarage, Natursteinelementen, Bepflanzungen und weitläufigen Grünflächen, eine Oase der Ruhe und Entspannung inmitten der Innenstadt schuf. Auch komplexe Bauvorhaben werden qualitätsstark und termingerecht umgesetzt, mit hoher Fachkompetenz, perfekt in Funktion und Design. Stork Plan & Control – Ihr Partner für zukunftsweisende Projektierungen. Stork Plan – Ihr Partner für zukunftsweisende Projektierungen. Stork Plan – Ihr Partner für zukunftsweisende Projektierungen. Stork Plan – Ihr Partner für zukunftsweisende Projektierungen. Bis zum nächsten Mal.